nach allen guten stunden kommt dass du schaffst ein level zu machen naja könnte sogar außen mehr als eine stunde nee ich glaub das wenn ich mich jetzt nicht recht erinnern ist es wirklich nur eine stunde nein ich hab das andere so eine viertelstunde 20 minuten geschafft ja aber wenn man die anderen versuche davor mit berechnet ja gut okay also schnack mal nicht und diesmal habe ich aber kein deutlicher verloren na gut es war ja auch glück gehabt dass du zwei hattest es war ja dein vorteil ja aber ich sag ja nur diesmal habe ich gar kein verloren dafür habe ich die schnauze gehalten hat mich doch tatsächlich gewundert aber naja wir können hier so ja egal nicht riskieren und ich finde es dann lustig wenn du wieder stirbst da kommt bei den wackelviechern wieder man kann sie auch zerstächen aber ich glaube so war das auch eher gedacht relativ da das gleich geschafft ja warum bleibst du nicht drauf stehen ne war ich aber das sagen sie alles was anderes aber ich habe auch geschafft menschen du kannst du die prozenterzahl 3 prozent ja immerhin okay ja klar ich kann noch mal so machen wenn du willst warte ja sonst kommt der phil papagei ahahahahahahaha ja genau das war ja nur dunke dunke war da boah war das so leck eben ganz kurz das stammbild gehabt ok er weißt du bist zumindest was wie es funktioniert und was wir brauchen komm fang die fässer fangen sie ist klar warum nicht hohe deibel ich muss eben mal gucken schnell in safe rein bin ich doch das ist ein vorteil kannst du über dem drüber gehen ist nicht mehr mal diese lexner ich kann nichts dafür du darfst ja beim nächsten mal aus wenn du willst sagt du kannst auch beim nächsten mal aus wenn du willst ich ich habe mich gemütlich nach hinten gelehnt weil ich mich weil ich das mir gerade sehr an guck hier wie schön du das doch schaffst fack ein klein direkt zu früh fack Ach. ich dachte doch was macht er jetzt da höhlenhumbug ja aber sie hält sie trotzdem nicht fest auch nicht sie schwebt wurde einfach dahinter geklatscht nein ihr lila schmeißfässer ihr stinker jetzt hängt sie fest ja jede banane zählt nein ich hab's verpasst nein da ist er höhlenhumbug hallo frau und herr muschel vor allem jetzt verwandelst du dich nicht jetzt bleibst du dran hängen ja mit guter berechtigung höhlenhumbug heißt das level ja und ich werde dich nur anmerken hi bubblefish ja wow hallo bobby fisch ja hallo bobby fisch hi boobby fisch hi boobby fisch hi cooob hi cooob ja kann es nicht so hoch springen bei dem geht es nicht aber elefant bei dem elephant ja wir brauchen noch jetzt in die selektion zwischendurch ja ich weiß hatte ich auch ja da ist herr und frau elephant ja wieder ein leben yay turbo lex 1 2 3 ja 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 ich hasse dich ja ja so dem ging es nämlich sammel 20 sterne möchte gerne natürlich mit dem rüsselvieh ist das überhaupt denn ich glaube nicht wer hat mich da jetzt eigentlich schon mal auf der es keine ahnung das sind gleich das sind normal oder wdf alle die was von ihr wollen mal welcher spaß die im wick im channel ist was denn ja was will der der die angeschubst oder schreib einfach nicht zurück sachen wir da kein sagen mehr hier fertig ich habe kein elefant hier das war eh nicht mehr gebraucht jetzt die arme spinne aber wenigsten verlierst du so kein donkey ich will die eigentlich haben das ist nicht wieder ausgelockt ne ich bin schon wieder angeschrieben scheinbar einfach interessiert doch kein boi verpisst dich junge und getrennt bist du echt nett jaja ja und ja ich habe noch nicht mal dazu abzuschicken ich wollte gerade schreiben verpisst dich junge die chance hat hier doch eh nichts mehr zu sagen aber ist das so der sieht doch gut dass man hier im aufnahmeschannel ist trotzdem schließt seinen an das ist ja gar nicht warum der solche rechte das so hier war so gut dass ja ja da ist das was und ich gehe einfach so darüber ne ja als spinne ist das egal ich weiß nicht ob du als spinne drauf springen kannst aber ich glaube schon das sind ja normale fesse ja kannst du also nicht naja ich glaube schon das würde ich aber auch nicht ausprobieren ja hallo ich habe drehen gedrückt was macht der darin dagegen ja bringt bei dem auch viel das drehen ne achso ging ja bei denen gar nicht ne richtig bei denen nur drauf springen bei dem penguin kannst du auch nicht drehen und bei denen irgendwas ging es noch nicht und vor allem beim zweiten mal anschauen hat er gefragt was sollte das jetzt achso da ist er untergeschoben ja da ist er untergeschoben ja ich bin der neue boss ja ich hab gesagt ich will mal ich bin der neue boss boah dann sieht man das doch wenn da kein Schosen und Scherne oben ist da ist ja nichts mehr zu suchen hier hm da ist ja nichts mehr zu suchen 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5